was geht ab freunde der nacht und herzlich willkommen auf mein kanal wir spielen battlefield 1 auf der playstation 4 dem modus rush wir kommen sind gerade denke ich mal in eine laufende runde an einsatz ziel bertha platz schauen wir mal hat der bislang schocken ok Tür ist jetzt zu ha ha ich werfe der granate auf fuck fuck aber wenigstens beschädigt aber schade es hätte besser laufen können ok ich hoffe mal er steht immer noch da ja richtig gehauen oder ne ist er weg ratte ja ja gut konnten wir es wenigstens verhindern das weiß ich noch nicht ich habe gedacht die kommen beide der feind hat einen sprengsatz an einsatz ziel albert platziert mist das ist doch gerne support da schreibt was in den kommentaren das like vielleicht sogar ein abo da läuft ja gerade nicht so gut läuft ja gerade nicht so gut auch noch der feind rückt vor koordinaten des feindes wurden unsere artillerie über das jetzt hier warten das haben wir auch ja koordinaten des feindes wurden an unserer artillerie ausfällt was soll das was soll waren das Was? Und ich will fahren! Koordinaten des Feindes wurden an unserer Artillerie... Mal schauen! Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Werther platziert. Loupililou! Was macht er denn nun? Wir haben Einsatzziel Werther... Wir verlieren an Boden! Der Feind hat eines unserer Ziele erobert! Ja... Wie wir sehen, sehen wir nichts... sehen wir nichts... Die Koordinaten des Feindes wurden an unserer Artillerie griffen. Loupililou! Was macht er denn nun? So... Ha... Gohle! Ohhhh... Das Pferd wollte ich nicht töten. Schade. Boah ey! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch echt nicht! Woop! Das scheint so zu sein, dass wir gewinnen. Hier haben wir reich! Woop! Die sind ganz schön nah, wa? Boah! Der, der, der Strang war... Ich zesel! Ich zesel! Ich kann jetzt die Vorhinein auf der Hand schärbeln. Hm. Verwaga. was hier ab geht man Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Na komm jetzt! Ja, geht doch! Das war knapp. So, schauen wir mal, was hier noch weiter so geht. Von hinten. Ja, die haben uns schon ganz gut umziehen, so wie ich das sehe. Oh, die kommen einfach nicht rein. Jaaaa. So. Ey, was? Das ist doch nicht schön, ey. Du kommst reiburgtot. Gass, 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 Gass! Gass, Gass! Ein Problem, die wehs! Na, da kann es probieren. Guck mal her. Okay, weg. Das ist doch nicht schön, warte auf. Komm, rette mich oder auch mich. Das ist doch nicht schön, warte auf. Das ist doch nicht schön, warte auf. Sprengsatz an Einsatz, Ziel Albert Platz. Den wollte ich mir holen. Jetzt haben sie das eingerollt, ne? Eingenommen natürlich. Unglaublich. Unglaublich. Was für eine miserable Runde. Da. Ja. 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 Ich hab dir noch einen mit der Peule gegeben. Keine Hilfe. Jo. Kann mir auch nichts verkaufen. Aber wir haben gewonnen. Ja. 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 Ich werfe eine Granate auf. Passt. Die Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Okay so, das haben wir. Komm, unser eine Punkt. Hoppala. Yes. Okay, war jetzt nicht gerade die super Runde, aber gewonnen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst einen Support da, das wäre echt nice. Däumchen hoch, Abo wäre auch korrekt. Hau rein.